Freunde, ihr tut echt an meine Stühle, aber unsere Zeuge reicht kaputt. So, wenn man sich mitheißt, dann bringen wir alle unsere Garten an die Garten. An die Scheiße! Jetzt kommst du, wenn wir vor dich sind. Ihr habt die Wasser-Gitarre geschnitten. Aus dem Koffer habe ich die Energie. Nein, das fährt voll geil. Ja, das sieht gleich aus. Das ist drum, dass wir alle richtig vom Norden gehen. Ich gehe mal den Urländ-Drocken nachher. Das ist doch nicht, wo wir das da draufgucken. Sobald ich da vor mich sind, dann stecke ich da aus. Ich glaube, da müssen wir das nachher gucken. Das ist ja so weit weg. Das sind so ganz so viele Urländ-Drocken. Das ist scheiße, ich hab das so eine Krasse. Ich hab das so eine Krasse. Ich hab das so eine Krasse. Vielen Dank.